Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush und heute ein fettes 3 vs 3 Battle bei mir im Team sind extrem verzockt und it's daraus und nun zum Team. Das Gegner Team ist Katze, Early Boy und oh nein, Malui, wir machen trotzdem Team, wir machen nur Streaming. Ja, was hältst du davon, wenn wir zwei uns in so eine eigene Base bauen, nur wir beide. Ja, da hinten, okay. Ich fang an. So, in der Mitte sind Lucky Blocks und David drückt. Wir machen das aber Team wechselweise. Toll, Toll, Toll. Was hast du? Toll, 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 Toll. Ich, 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 ich. Oh nice, Fantasia. Ich, 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 ich. Ähm. Ähh, Hypno. Oh, Gott sei Dank. Oh, nice. Oh mein Gott. Schatz, wenn ich nachsuchen komme. Okay, jetzt in der Mitte irgendwie voll mitmachen, egal wie. Woh! Alter. Ja, okay, 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 ist gut, gut, gut. Dann zurück in unser Basen. Und vergesst nicht ins Wormpolz sitzen. Komm ich schon. Müssen wir jetzt nicht alles von den Lucky-Blocken mitnehmen? Ja, und jeder braucht einen Stack. Einfach von jedem Lucky-Block, den wir da haben. Nein, nur von dem, den du hast. Aber nicht die 100-plus-100-Variante, ne? Nee, nee. Geht auch nicht, man kann die plus 100 nicht stacken. So, Game on 9, gehen wir mal los. 3, 2, 1, go! Juhu! Oh, ich bin schon in der Mitte. Oh Gott, hat das gerade gelacht. Valoie Katze, guck da mal hier, Party! Wuhu! Direkt auf Gold, Entschuldigung. Ich hab komisches Zeug gekriegt. Ich hab ein Wurm, ich hab ein Lizard, ich hab Revi! Wuhu! Ich hab ein Wurm, ein Lizard, ein Revi. Ich hab ein Clab Rüstung. Ich hab zwei Nether Stars, wenn ihr also die ersten seid. Alter, Early! Wir hatten alles in Luft. Max, lass anstatt, ähm, äh, 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 äh... Katze, Katze, Katze! Oh, das war nicht gut, Early. Lass anstatt, ich hab beschwert, dann zwei Illuminati-Bögen machen. Das ist besser. Ja, können wir machen. Wieso können die Illuminati-Bögen machen? Wollt ihr mich verarschen? Können wir noch nicht. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich stylish! Alter, wie viele Hexen! Wie viele Hexen, ich bin schon in der Mitte. Hahaha, nice, Mann. Wieso? Weil ich TNT-Stack bekommen hab. Jo, Max, ich komm. Hat keiner von uns einen Bogen? Hat keiner von uns einen Bogen? Ich hab einen Bogen. Ja, dann schieß den ab in der Mitte. Ihr habt doch keine Pfeile! Was ist denn das für ein blödes Kid hier, was ich habe? Was sind denn das für Drecksfinger-Hypnosis-Blöcke? Wie könnt ihr euch ja mal sowas von in den Schuh schnieren? Äh, Leute, was ist das denn hier? Oh, oh, nein! Los, die nehmen die Raubelke, die gehen da rüber! Pizza, 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 komm! Nein, 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 nein! Irgendwo ist Pizza. Ey, irgendwas Geiles muss ja noch drin sein. Aua, 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 aua. Ich hab mir was. Kannst du gucken mal auf? Hier ist Pizza, ich hab Pizza. Ich hab auch Pizza, ich hab auch Pizza. Warte mal, warum krieg ich Pizza? Ich hab auch Pizza. Hast du ne Rüstung einfach zu holen? Nein! Nein! Gib mir mal Rui! Nein, stimmt. Was macht ihr denn da? Wir gehen ab. What the fuck? Oh, ich, oh, lol. Ey, wie ich die ganze Zeit nur Drecksschwerter gebe? Oh, Poison Orb. Ich hab nen Poison Orb gehabt. Das erklärt einiges. Oh! Au! Alter, wie viel Stuff da einfach rumlegt. Early! 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 Okay, ich hab dir's. Ah! Gold hab ich, Gold hab ich, Gold hab ich. Maragel brauchen wir noch. Und wir brauchen noch, äh, Dingsens. Ey, ihr beiden von Idioten. Würde ich euch mal nützlich machen? Dann werden wir mit rennen. Max hinter dir. Oh, nice. Ja, nee, 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 nee. Nimm du. Ja, nee. Ja, nee, 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 nee. Ich weiß nicht, wie man den auswendig macht. Ich hab das Rezept zwar, aber ich kann's nicht auswendig. Was denn? Oh, äh. Wir brauchen Spinnfäden. Wir brauchen Holz. Ich bin mal Louis. Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße? Oh, ja. Was? Ja. Nein, der hat den New Kaktus on. Ja. Oh, das hat alle Items bei mir weggeballert. Das ist nicht nett. Habst du das? Ja, 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 ja. Ich hab's nur noch Blöcke. Warum hast du die Blöcke nicht eingesammelt? Ja, du hast nur noch Blöcke. Du hast dich gerade von der Map geschossen, du Baum. Ich hab dir die Rezept. Oh, Basti, du Hannes. Ja, ja, das war ich. Ja, lass mich, lass mich. Warum hab ich Apo rappt seine Haare? Ich hab irgendwas in meinem Inventar, was mir Instant-Ultra-Vergiftungsschaden gibt. Was macht das denn? Das ist der Orb. Wie der Orb? Ja. Ich hab mich da immer getötetet. Kackding. Warte, ich glaub ich hab nen Fly-Orb. Wow! Verdammt. Bei uns ist die halbe Base abgebaut. Was? Auch eure Wolle ist weg. Nein. Die halbe Base. Hey, da, 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 Katze. Katze, sammle die Items ein. Warum? Damit wir jetzt auch mal irgendwo rüber können. Aber du hast doch nicht verstanden, dass das Hauptprinzip darum geht, bei den Gegnern irgendwas kaputt zu machen, oder? Ihr seid ein richtig gutes Team, ne? Ja. Muss man euch lassen. Nur Trottel in meiner Gruppe. Ja, Baloui, du gehörst hierher. Ja. Du gehörst aber auch in der Gruppe dazu. Nein, ich bin Baloui. Ja. Er ist Baloui. Ja, ey, David, lass die einfach. Lass die. So. Lass zurückgehen. Oh, ich hab gewollt, Ben. Nein, ist das denn fucking ernst? Ich hab mir verklickt. Ja, verklickt. Du haust wie so nen scheiß Block in die Fresse. What? Habt ihr schon das Illuminati-Zoll gemacht? Nee. Habt ihr Spinnfäden? Wir brauchen Spinnfäden. Nee, ich hab keine. Warte mal. Ist in der Struktur in der Mitte irgendwo Spinnfäden? Ah, was machst du denn hier? Wir brauchen Spinnfäden. Warum hab ich denn kein Shampoo? Max, hast du, ähm, hast du die Nether-Starts noch? Nee, hat, hat Davils. Okay, pass auf, wir brauchen Spinnfäden. Wenn wir Spinnfäden haben, dann geht's ab. So ein Dreck hier. Boah, ich muss mal richtig viel loswerden. Ich hab viel zu viel Zeug. In der Mitte war da irgendwas Gescheites. Nein, nein, oh mein Gott. Okay. Müll, Müll, Müll. Ups. Ich hab echt nur Müll. Müll? Nein, ich hab was Gutes weggeworfen. Komm schon, Strings, ich brauch Strings. Strings? Ja, Strings. Also, ich tausche gerne meine komischen Blöcke gegen andere. Wer möchte eine handeln? So, ich hab einfach noch meinen kompletten Stack von den Leuten. Wer sprengt denn da die CC-Brücke? What the hell? Da wollte ich gerade langlaufen. Böse Menschen. Ja, deswegen haben die das ja gemacht, die blöden Menschen. Super gemacht. Deswegen hab ich mich runtergefangen. Let it go. Let it go. Was bringen denn diese Angel Wings? Ich one-hitte euch jetzt alle weg. Einfach aus Prinzip. Was bringt denn das Hypno-Scheiß-Dreck überhaupt? Erzähl mir mal einer was darüber. Das ist voll gut. Was ist denn da ein gut? Da gibt's nen Sun-Hammer. Stop! Drop my eyes up! Hey, bitte, bitte hören sie auf. Gewalt ist keine Lösung. Aufhören! Wir brauchen... Spinnfäden. Ist das ein Infinity-Bogen oder hast du wenigstens... Ja, der ist Infinity. Ah, jetzt bin ich traurig. Wir brauchen Spinnfäden. Ach, oder? Spinnfäden. Weiß nicht. Ich hab keine auf jeden Fall. Können wir mal kurz... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Lol, wer hat das gespawnt? Ich. Ohhhh. Oh, ey, wir müssen ja erstmal das ganze Zeug hier loswerden. Der ist da hinten, ne? Was heißt hier nur Cooldown? Das Ding hat Cooldown! Wer? Wo ist hin? Lol, der ist runtergefallen. Ich dachte, ihr würden mich nicht... Ich dachte, ich laufe an euch vorbei und die so... Loch, da ist einer. Ach, scheiß drauf. Das geht bei euch falsch. Wir brauchen Strings. Hier, nein! Hier, Katze, 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 Katze! Was denn? Oh mein Gott, wir halten! Das macht gut Dingens! Oh mein Gott! Das vergisst den! Das macht gut Dingens! Ich hab'n Schwert mit 500 Schaden! Das sind wir ordentlich paren! Das ist ordentlich paren! Los hier, los hier! Ich glaube, er ist runtergefallen. Dann töte ihn! Oh, ich hab' keine... Oh man! Kann mal jemand Strings augern? Hier sind voll viele Monster! Er ist immer noch hier! Los, Yaki! Bitte! Mach' mal Leg 2 und Leg 3. Leute, wo ist er? Nein! Oh! Der Wither? Nein, wo ist er? Ja, da oben irgendwo! Günther, mach was dagegen! Oh, lass uns den Wither holen, dann können wir nochmals sowas craften. Wo haben die denn Wither? Aber die sind unsichtbar unterwegs! Juckt euch überhaupt nicht, ne? Was soll ich denn machen? Ich seh'n den noch nicht! Sind da noch Blöcke in der Mitte? Ich hab' einmal noch'n kompletten Stack. Und das Problem ist, solange der uns nicht blöd ist, können wir ihn nicht sehen, du Baum. Also, wo ist er? Äh, ich hab' den schon entfernt. Ich bin runtergefallen. Ich muss selbst töten. Ich sterbe sonst nicht. Vielleicht kill. Was war das denn mal, Louis? Oh, Kaktus! Autsch! Das tat weh! So, ich hab' jetzt ein Stack von den scheiß Blöcken, die ich da zuhabe. Neul runter! Und es war nur Scheiße drin! Dankeschön! Leute, wollt ihr vielleicht da drüben den da töten? Wen? Basti, der da links neben uns ranläuft? Ja, der kann ja was sagen, dass er da ist oder so. Ah, ich bin da. Ah, ich bin da. Das ist nicht okay, Basti. Der dackelt hier durch die Gegend und die beschwerde ich über Unsichtbare. Der braucht keinen Invisitful-Push, um hier durchzukommen. Hier ist noch einer ordentlichbar! Aua, nicht bock. Kannst du aufhören? Ja, der hat mich gerade getötet hier! Oh, fuck. Wundergefallen. Max, hast du Strings? Nein! Wir brauchen Strings, dann könnten wir zwei Illuminati-Bögen machen. Okay. Das ist dein ultimativ Hammergeil. Nein, geh weg, du! Geh weg! Nein, ich muss ihn gefrücken! Nein, ich muss ihn gefrücken! Hast du ihn, Banoui? Hast du ihn? Wo ist er? Ja, er ist weg! Er ist untergefallen! Nein! Kacks habt ihr falsch gemacht! Ich hab den Headbutter. Jeder, der mich tötet, wird getötet. Ja, das ist jetzt kacke, weil ich hab ein One-Hit-Schwert. Was für ne Butter hast du? Ja, eins ab! Danke für das tolle Item! Der Bacon-Overlord, Early Boy! Aua! Du, du, du... Aua! Aua! Basti, komm, kuscheln! Komm, Basti, ja, das können wir auch mal richtig umarm haben jetzt. Okay. Wow, Katze! Warte, ich hab's überlebt. Ja, toll. Wer hat mir diese Kack-Items aufgebrummt? Niii! Darin werde ich umbringen. Aua! David, wo bist du? Hier, Apo-Ratare. Weiß ich nicht. Okay, ich bin auch auf... Der ist wahrscheinlich bei uns in der Base, wenn er es nicht weiß. Ich bin auch auf dem Weg nach Weißichnicht. Glaube ich. Oh mein Gott. Basti ist bei uns in der Base. Was denn das für eine Kacke mit Basti? Nein! Eine Wolle weg! Eine Wolle von mir ist weg! Eine Wolle ist weg, das heißt, wenn jetzt einer stirbt, ist er raus. Also, wenn er von einem Spieler gekillt wird. Nein! Balu überläuft hier! Ja, ich bin down. Was denn? Ich bin auch down. Wer ist zuerst gestorben? Ich bin... Katze. Katze, Katze, Katze. Katze ist raus. Oh, leckt mich doch Leute hier! Das kann doch überhaupt nicht wahr sein! Ihr cheatet doch, dass ihr immer so gutes Zeug aufsicht. Ja, klar! Was? Eigentlich nicht, aber egal. Leute, ich denke schon! Wir haben einfach nur die Erfahrung. Mit was? Wir wissen, wie man die Blöcke richtig öffnet, oder was? Ja! Du musst sie erst ganz kurz antatschen, und dann... Tatsch dich gleich mal ganz kurz an! Dann musst du dich dreimal im Kreis drehen, dann einmal den Fuß küssen, und dann krieg ich sie Gunster. Und das ganze mit Facecam! Oh mein Gott! Das hab ich gedacht... Och, Junge! Guck mal, ich hab auch nix, ne? Ich hab nicht mal Rüstung gekriegt! Doch, ich hatte was! Heeey! Was soll er denn? Oh mein Gott! Das waren die Sockerboots! Auer meine Ohren! Guck mal her, Max! Komm, komm, komm! Miet, 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 miet! Warte, Max! Nein! Oh shit! Oh, das macht man! Ohne Witz! Das ist... Besser Mann! Dankeschön! Ich bin der Spezialist im rumbomben. Lau, du hast es gerettet! Sonst macht man nix, Max! Sonst haben sie gar keine Chance, ja? So was macht man nix! Ich hasse dich so sehr, Basti, so sehr! Warum kriegt der kein Lucky Bow? Jetzt mach mal was Vernünftiges, Ali! Ich muss Basti töten, der aber instant stirbt, wenn man ihn berührt! Ich bin Basti, berühr mich nicht! Und nicht an verbotenen Stellen! Was hast denn du da? Warst du mal alles in der Welt? Bevor ich ganz ausraste, Basti, ne? Ja! Geh nach Hause! Nein, nein! Ja! Ja! Lol! Nein! Doch! Ah, Bob! Hallo, Bob! Mach mal was weg! Bob! Haben wir heute nicht noch über Bob geredet? Fuck! Bob der Warmeister! Wie sieht's aus? Bob der Warmeister! David ist wohl der Sneaky Ball! Nächste Worte weg! Ja! Laber doch nicht! Jetzt müssen wir einen töten! Oh, ist es da vorne? Ne, das ist Max! Erli, geh du mal nicht aufpassen! Wie sie einfach keine Chance hatten! Was soll denn das? Was ist denn da für'n scheiß Blazerot hier, der eh so rumdümpelt? Und... Nein! Walu ist raus! Okay, Erli Boy ist nicht in der Base, das heißt wir können hier... David, wo hast du die alle... Ach! Ja, Erli Boy ist unter der Base! Ne, ne, ne! Erli Boy ist runtergefallen! Erli Boy ist dort neben mir und... Wie nicht? Okay! Oh fuck! Ach, ey, ey, wir sind nicht mehr in eure Nähe eurer Base gekommen! Was, du bist grad noch irgendwo hier? Ey, David, wo hast du überall geguckt schon? Überall! Also ich... Unterschiedlich! Muss mich kurz killen! Erli Boy ist bei uns in der Base! Das ist eine Lüge! Klasse! Das ist okay, dass man irgendwo runterspringen muss, um an die Wolle zu kommen? Also, so mit einem Skilljump? Ja! Okay, was ihr alles erlaubt? Hä, warum sollte man das nicht erlauben? Wer der letzte Überlebende beim Team, oder was? Hat! Ja! Ja! Falscher Artikel! Das letzte! Hallo! Nett sein! Ja, genau! Wer will Zug jetzt? Bin dabei! Du machst das gut, ich verteidige die Base! Ja! Eins ab! Eins ab! Genau! David! Ja! Ist richtig! Alter, der hat ja noch Blöcke! Du musst zuerst Blöcke öffnen, Erli Boy. Das bringt nichts, ne? David, wo ist die? Ich weiß es nicht! Die ist bestimmt nicht nur da! Aber da hast du denn! Einer kann ja mal im Dings gucken! Einer kann ja mal im Game of 3 gucken von eurem Team, ob die letzte Wolle noch da ist! Die wird noch, die muss noch da sein! Ich weiß nicht mal wo die sein soll! Ja! Einer der letzten Wollen! Das Problem ist, Erli hat uns die nicht gezeigt diesmal vorher! Damit wir nicht auffällig... Wo ist Erli Boy? Der ist bei uns! Wow! Nein! Schon runtergefallen! Ja! Nein! Der ist da! Er hat mich getroffen! Ja! So! Das bedeutet, ich krieg Erli Boy! Oh mein Gott! Erli! Nein! Also ich weiß nicht, Erli, hast du wirklich drei Wollen gesetzt? Ja! Todsicher! Nein! Sie ist in Luft geflogen! Ja! Die jetzt sind Erli oder was? Ey meine Enderpanne-Skills werden immer besser! Fuck! Meine nicht! Fallobst! Also ich finde es nicht! Keine Ahnung! Ich find die Wolle auch nicht! Nirgends! Die existiert vielleicht! Sie sind richtig OP gesetzt! Vielleicht mag Erli Boy mal gucken! Erli, guck du mal bitte selber! Das nächste Mal ist ja da, wenn ich nicht guck' Ok. Wir bewegen uns nicht so lange. Oh man. Ja, wo du mal sie versteckt hast. Ja, ich hab sie gesehen. Hast du sie gesehen? Ok, gut. Wo ist sie? In der Mitte. Wie in der Mitte? In der Mitte der Map. Nein. In diesem großen Ding ein bisschen weiter drin. Große Dinger. Jetzt will ich mal early boy. Ach, early boy. Wo denn? Kannst du schnell eine abbauen? Das ist jetzt die Sache, ne? Ich weiß nicht, wo die Audi ist. Ah, ich seh sie. Aber das ist eigentlich nicht erlaubt. Wieso ist das nicht erlaubt? Doch, doch, doch. Hier kommt glaube ich auf der anderen Seite. Doch, ist jede einzelne zu erreichen. Jede einzelne zu erreichen. Die eine ist nur mega fucking OP. Was hast du denn da für ein OP Ding? Nee, nee, nee. Doch, sie ist zu erreichen. Hab ich getestet. Jeder einzelne ist zu erreichen. Aber wie? Zeig ich dir nach dem Spiel. Doch, ich seh... Nee. Na, seh ich nicht. Nee, nee, da kann ich mal nicht hin. Hey, early boy. Du kommst an mir nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Oder? Oder kannst du, was sagst du dazu? Oh, ja. Ich wüsste nicht, wie sie zu erreichen wäre. Ich wüsste auch nicht. Ich glaube, du hast eine Wolle nicht. Die ist rechtensverpackt. Die ist rechtensverpackt. Ich geh jetzt gucken hier. So. Welche Wolle soll das denn sein? Na hier, guck bei uns. Ja, die ist zu erreichen. Wie? Da, wo du stehst. Ja, die grünen Blöcke sind aber nicht von uns. Ja, Moment. Wenn du nur auf Badrock steckst, würdest du da nicht drauf kommen. Warum ist da Badrock-Ding drin? Den habe ich da nicht gesetzt. Da war ein Durchgang. Der war zu erreichen. Da war ein Durchgang. Ja, den hat David wahrscheinlich zugebaut. Aber ich komme nicht von mir. Da war nicht mit Badrock. Chillt, chillt, chillt. Ich kann mich hin und ich komme. Wenn ich jetzt richtig baue. Da war vorher kein Badrock gewesen. Early boy kann bei uns nichts, weil ich verteidige den. Ja, das ist aber überhaupt nicht fair mit der Scheiße, die du da hast. Was hat das mit fair zu tun? Drei gegen eins. Spacko. Du hast einfach mit deinem Team nicht richtig gespielt. Mit meinem Team nicht richtig gespielt? Was kann mein Team denn? Jetzt zieh dir auch noch das Team mit rein. Was los ist hier? Mir platzt eine Pfote. Woll ist weg. 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 Ja, darauf habe ich so gewartet. Mann, ich wollte gerade noch Lucky Blocks öffnen. Oh, hier ist die OP-Spinne gerade gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. ilee Week desde stabại Confederate إلى le donne im Laden. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.